Bericht, Vosteglenburg als Bundestrainerin vor dem Aus Die deutsche Frauennationalmannschaft wird voraussichtlich einen neuen Nationaltrainer suchen. Der Vertrag von Martina Vosteglenburg endet voraussichtlich vorzeitig. Rund um Martina Vosteglenburg gab es in letzter Zeit viel Ärger. Am Dienstagabend meldete sich der Nationalmannschaftsmanager schließlich via Instagram zu Wort und kündigte an, dass er sich auf auf weitere Erfolge ausgerichtete Gespräche mit dem DFB in naher Zukunft freue. Wir haben dem DFB mitgeteilt, dass wir bereit sind, die weitere Analyse und Aufarbeitung der WM und die weitere Zusammenarbeit innerhalb der Mannschaft unter vier Augen zu besprechen, wie die BILD berichtet. Wollte der 55-Jährige seine WM-Analyse eigentlich schon seit längerem abschließen? Es war nicht die Schuld des MVT, dass es zu einer so großen Verzögerung kam, sondern die Schuld des DFB, der den Bundestrainer unnötig auf die Terminbestätigung warten ließ. Die Boulevardzeitung erklärt, dass es in den nächsten Tagen endlich Gespräche zwischen dem Nationalmannschaftsmanager und dem Verteidiger geben werde. Der Verband hingegen behauptet das Gegenteil. Der Fokus scheint jedoch eher auf dem Ende ihres Vertrags als auf der Analyse der Weltmeisterschaft zu liegen. Bis dahin werden beide Parteien nur über ihre Anwälte kommunizieren. Es besteht die Gefahr eines Rechtsstreits, heißt es in dem Bericht. Alle Veröffentlichungen unterliegen der rechtlichen Prüfung. Der Vertrag von Vosteglenburg wurde erst im April bis 2025 verlängert, mit einer Abfindung in Höhe von einem Million US-Dollar. Wer den Vertrag unterzeichnen wird, ist derzeit unklar. Sollte sich die DFB-Frauenmannschaft für Olympia 2024 qualifizieren, könnte Interims Nationaltrainer Horst Rubesch bis dahin im Arm bleiben. Eine langfristige Lösung ist er aber nicht.